Ihr müsst nicht unbedingt die importierten Sachen hier kaufen, sondern ihr könnt sie direkt aus Japan zu euch nach Hause liefern lassen. Und um euch das einmal zu zeigen, suchen wir uns jetzt drei Leute raus, die ein traditionelles japanisches Spiel hier auf der Matsuri spielen müssen, um Punkte zu sammeln. Der mit den meisten Punkten kriegt 10.000 Yen, die er bei Zen Market jetzt gleich noch live ausgeben darf. Ziel ist es, diese wunderschönen Holzspinnen ins Netz zu befördern, im besten Fall so, dass sie kleben bleiben. Jeder Kandidat drei Würfe, wer möchte anfangen? Oh, da schreiten sie sich schon, wer will anfangen? Ja, ja? Nein, der hätte es hier, oder? Nee, wenn es runterfällt, ist es leider raus. Knapp, knapp, also es kommt immer drauf an, wo dann der Körper der Spinne hängt, aber das ist jetzt gerade noch so hart an der Grenze. So, dann hätten wir jetzt hier fünf Punkte und hier einen Punkt, dann sind wir bei sechs Punkten. Das sind schon mal sechs Punkte, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer, die man erstmal schaffen muss. Du stehst schon so bereit, dann viel Glück.